Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. In diesem neuen Video möchte ich mal darüber sprechen, was ich einfach nur hasse. Und das sind kalte Telefonate. Warum das so ist, erzähle ich euch mal in diesem Video. Also, auf geht's! Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Dominik und ich wollte einfach mal so ein bisschen aus der Praxis berichten. Weil es einfach gewisse Dinge gibt, die, wenn du im Dienstleistungssektor zum Beispiel unterwegs bist und du ein Telefonat benutzt, um deine Dienstleistung an den Mann zu bringen. Es ist einfach extrem wichtig, dass du an Dinge denkst. Weil ich kenne sehr viele Leute, die sagen, okay, pass mal auf, wir machen jetzt eine Facebook-Gruppe, wir geben da ein bisschen Content und holen die Leute ein Telefonat. Was ja vollkommen legitim ist. So, dann erreichen sie damit Sales-Quoten. Die sind dann vielleicht so bei 30, 35 Prozent. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, weiß ich nicht. Ich persönlich finde es total langweilig, solche Quoten zu erreichen. Ich finde es eigentlich eher spannend, wie wir es bei uns im Vertrieb auch gelöst haben, wo wir gesagt haben, ab 50 Prozent habe ich das so eingerichtet, dass unser Programm eine grüne Lampe angehen lässt. Und dann sind wir mit den Ergebnissen auf einem guten Weg. Zufrieden sind wir nie. Aber was da ganz wichtig ist zu beachten ist, wenn du Telefonate machst, wenn du ein, ich sage jetzt mal, ein Produkt hast, so ist es jetzt Consulting oder Software as a Service oder ein anderes Produkt, wo du sagst, okay, das kann man nicht einfach mit einem Klick auf einer Webseite kaufen, wie mein Cousin zum Beispiel, ist zum Beispiel ein Mensch, der Versicherungen verkauft. Kauft das jemand auf einer Webseite? In der Regel nicht. Also ist das seine Idee eben auch, die Leute ins Telefonat zu bekommen. Und was er früher gemacht hat, und deswegen, weil ich habe nämlich eben mit ihm noch telefoniert, und deswegen wollte ich mal darüber berichten. Und er hat früher sogenannte Cold Calls gemacht. Also kalte Anrufe, wo er quasi in seinem Bestand E-Mail-Adressen hatte, inklusive Telefonnummer. Diese Telefonnummer hat er mit seinem Team kalt angerufen. Finde den Fehler. Wenn du jemanden kalt anrufst, ist vor allen Dingen eine Sache gewährleistet. Derjenige ist nicht gerade in der Situation, wo er offen ist für dein Produkt oder Dienstleisten, weil er will sich einfach niemand was verkaufen lassen. Ich war letztens auch einkaufen, und dann hatte ich eine Telefonnummer im Display, die mich angerufen hat, und ich wusste jetzt nicht, wer ist es. Normalerweise gehe ich nie dran. Da bin ich dran gegangen, und dann wollte mir irgendjemand eine Versicherung verkaufen. Und ich stand gerade irgendwie bei irgendeinem Einkaufszentrum an der Kasse. Also was wichtig ist halt eben, wenn du Cold Calls machen möchtest, was ja, ich sage ja nicht, dass Cold Calls scheiße sind. Ich sage ja nur, dass deine Salesquote auf jeweils, was für ein Produkt du auch hast, also wenn du so ein Produkt hast, was bei uns fängt es an bei 6.000 Euro aufwärts, und da fangen halt eben die Quoten an ab 50%. Wenn du unter 50% sein willst, dann mach auch gerne Cold Calls. Dann wirst du auf jeden Fall auch Ergebnisse erreichen. Nur was viel besser ist, dass wenn du keine richtigen Cold Calls machst, sondern dass du vorher Dinge machst, damit Leute nicht mehr ganz so kalt im Telefonat sind. Was ich zum Beispiel machen würde, wäre, als erstes solltest du denjenigen qualifizieren. Qualifizieren bedeutet am Ende, wenn du Kategorien hast, wo du nachher einteilen kannst, die Telefonnummer ist in Sektor A unterwegs, Sektor B, Sektor C. Das heißt also, am Ende sind diese beiden interessant für dich. C kannst du in der Regel schon komplett rausschneiden. Warum? Weil sie dir am Ende überhaupt nicht das bringen, was du gerne hättest. Weil du willst ja zufriedene Kunden haben, also würde ich zum Beispiel die Menschen mit C schon gar nicht mehr anrufen. Dann würde ich hingehen und mir die A- und B-Leads quasi nehmen. Und das kannst du halt über ganz bestimmte Fragetechniken herausfinden. Was machst du? Was sind deine Engpässe? Etc. Und so kannst du also relativ schnell clustern, okay, ist das ein A-Lead oder ist das ein B-Lead? Ich würde immer mit A natürlich anfangen, das ist ein sehr, sehr guter Lead. Oder halt eben ein B-Lead, den rufst du dann später an. Ich würde aber immer Fokus legen auf diese, weil die natürlich auch High Potential sind. Das heißt also als erstes, bevor ich ein kaltes Telefonat machen würde, würde ich erstmal hingehen und Leute aufwärmen. Ich würde das mal ganz kurz skizzieren. in einem, wir nennen ihn Mini-Funnel. Was also extrem gut funktioniert, ist, wenn du hier einen Funnel hast, mit, das ist, oh, herrlich, das ist Content. Das heißt also, die Leute kommen nicht mehr kalt ins Telefonat, sondern sie haben schon mal irgendwas von dir konsumiert. Scheißegal, ob es ein Lead-Magnet ist, scheißegal, ob es in einer Facebook-Gruppe ist, sie haben auf jeden Fall schon mal Kontakt gehabt und sind schon mal keine astrein kalten Telefonate. So, und dann kommen hier oben quasi Leads rein. So, dann führst du sie quasi hier durch und am Ende ist das Telefonat, was halt eben Kohle bringt. Dabei ist es so, dass die meisten sich immer auf diese Parameter und auf diesen Parameter fokussieren, anstatt, da sind noch zwei andere Sachen. Das heißt, ich würde einerseits hier etwas gratis machen, YouTube-Kanal, Blog, Podcast, solche Sachen. Oder halt eben hier eine sogenannte Digital-Sales-Welt, wo also Leute im Gegenteil zur Gratis-Welt Inhalte von dir konsumieren können. Und zwar, indem sie halt eben auch hier schon mal was bezahlen. Weil, wenn die Leute schon mal hier bezahlt haben, gerade beim ersten Mal, das Tripwire zum Beispiel, dann haben sie eine sechsmal höhere Wahrscheinlichkeit, dass sie wieder etwas kaufen werden und dann was Hochpreisigeres. Also, deswegen würde ich erstmal hingehen und Leute in diesen Trichter reinbringen, sie aufwärmen. Dann kannst du sie in A, B oder C clustern. Das ist das Erste, was ich machen würde. Das Zweite, was ich machen würde, ich würde, bevor wir die Leute quasi dazu bringen, dass sie eventuell ein Produkt kaufen können, ist es wichtig, dass du sagst, okay, du kannst dich einfach irgendwo kalt anrufen, selbst wenn du A und B gemacht hast. Ich würde als erstes hier mal einen Termin vereinbaren. Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du keinen Termin vereinbarst, sondern kalt anrufst, erlebst du es, so wie ich es eben erzählt habe, dass Leute halt eben in der Sekunde nicht gerade empfänglich sind für ein Verkaufsgespräch. Egal, was für ein guter Vertriebler du auch bist, die Leute müssen empfänglich sein. Also macht es auf jeden Fall Sinn, hier einen Termin zu vereinbaren. Das heißt also, ich würde ihn einerseits telefonisch machen. Hey, pass mal auf, ich kann mir gut vorstellen, dass du aktuell da und da unterwegs bist. Ich wollte nur eben kurz mit dir einen Termin absprechen. Einmal telefonisch. Dann gehst du hin und bestätigst das Ganze auch nochmal als E-Mail. Also eine Art Terminbestätigung. Das ist extrem wichtig, damit die Leute einfach auch genau sich darauf vorbereiten können, wann derjenige dann jetzt wirklich angeruft. Weil es gibt nichts beschisseneres, als du vereinbarst einen Termin und die Leute gehen nicht dran, weil auch ich hatte irgendwie 13 Uhr verstanden. Und in der E-Mail kannst du es nochmal genau bestätigen. Es ist wichtig, dass du genau in dieser Reihenfolge das Ganze machst, die Leute in eine Lead-Situation bringen, A, B, C clusterst und einmal danach terminierst, damit du dann, und das ist halt eines der wichtigsten Dinge, weil das vergessen die meisten immer. Oh. Kann man es lesen? Es soll Abschluss heißen. Ist auf jeden Fall für einen Freitag. Auf jeden Fall schon eine sehr herausfordernde Schrift, würde ich sagen. Also ganz wichtig ist, du kannst Cold Calls machen. Gar keine Frage. Nur erwarte nicht, dass die Leute dann, hey, auf sie habe ich gewartet, weil ich sitze gerade auf dem Klo oder ich habe gerade irgendwie, keine Ahnung, der Hund bellt und das Kind schreit und die Frau sagt auch die ganze Zeit, wo bleibst du? Die Leute müssen empfänglich sein. Und wenn, je nachdem, was du anbietest, es bringt nichts, jemandem etwas anzubieten, wenn er nicht in der Stimmung ist. Weil wenn er nicht in der Stimmung ist, dann macht es überhaupt gar keinen Sinn, ihm irgendwas anzubieten. Dann kannst du deine Zeit auch als Unternehmer anders einsetzen. Und deswegen würde ich halt eben keine Cold Calls machen, wenn du darauf angewiesen bist, weil du eben noch nicht diese Situation hast, du hast Leute aufgewärmt, dann mach sie, nur hab nicht die Erwartungshaltung, dass irgendwie 50% und mehr kaufen. Ich als Vertriebler, der jetzt seit 21 Jahren, nee, seit ich 21 bin, also jetzt seit 16 Jahren im Vertrieb bin, ist für mich alles unter 50% Sell Conversion eine herbe Enttäuschung. Muss ich wirklich so sagen. So, und das ist eben der Weg, wie du es auf jeden Fall hinbekommst. Ja. Ich hoffe, das Video hat dir ein bisschen gefallen. Falls dem so ist, du kannst heute wieder was gewinnen. So, wir schauen mal, was ist denn heute im Lost Top? Der Jona war wieder so nett und hat mir was geschickt. Wo hab ich's denn? Da ist der Jona. Jawollski. Also wir werden sie auch nächstes Jahr mehrfach machen. Wir haben noch keine genaue Ahnung, wann wir sie machen. Aber es wird sie geben. Und das ist ein sogenanntes Ticket für den Power Praxis Workshop. Haben wir das, Jona? Yes, Sir. Yes, Sir. Normalerweise verkauft man das Ticket für, ich glaube, 350 Euro netto. Dann in der Early-Bird-Phase 100 Euro günstiger. Und wenn wir eine E-Mail schreiben, dann sind die ratzefatze ausverkauft. Also, kannst du dir auf jeden Fall glücklich schätzen, wenn du das gewinnen möchtest, dieses Ticket, was erstens kostenlos ist und zweitens, du erlebst dort einmal live Pascal, Jeremy und meine Person an einem Workshop, meistens in Düsseldorf, manchmal auch in München. Vielleicht machen wir uns aber irgendwann mal in, ich möchte ja gerne mal nach Wien oder so. Also, wer weiß das schon. Von daher, du bekommst auf jeden Fall, wenn du das Ding hier gewinnst, einer von euch. Einer von euch. Ich hab beim letzten Mal den Fehler gemacht, dass ich irgendwie ein bisschen zweideutig erzählt habe und Leute gedacht habe, jeder kann im Conversion Bootcamp gewinnen. Natürlich kann immer nur einer gewinnen, Freunde. Also, wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Ganzen gerne einen Daumen hoch, teilt das Video, abonnieren ist, glaube ich, sowieso klar und ihr erhöht eure Gewinnchancen natürlich um ein Vielfaches, wenn ihr auch bei Instagram das Ganze postet, beziehungsweise verlinkt in der Story oder auch als Post macht und uns markiert. Meine Person, Dominik Jansen, unterstrich, Pascal, Jeremy und mehr Geschäft. Dann seid ihr auf jeden Fall näher im Lostopf drin als jeder andere. Und wichtig, wir werden immer wieder gefragt, ja, wo werden denn die Leute jetzt als Gewinner ausgegeben? Checkt unseren Instagram-Account, weil wir dort jeden Tag in der Story veröffentlichen, wer gewonnen hat. Okay? Also, eigentlich easy as hell. In diesem Sinne, meine Lieben, würde ich sagen, es hat mir mal wieder eine Riesenfreude gemacht. Ich würde mich riesig freuen, wenn ihr das Ganze hier unten kommentiert und vor allen Dingen auch eben liked. Ab nächstes Jahr könnt ihr wieder disliken. Dieses Jahr sind wir lieb und nett, weil es ist Weihnachten. Wisst ihr Bescheid. Sonst kommt das Christkind nicht. Also, in diesem Sinne wünsche ich euch eine ganz, ganz tolle Weihnachtszeit, einen wundervollen, guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich auf 2019, weil 2018 war schon richtig geil. Wartet mal ab, was 2019 passiert. Da werden noch so fette Sachen auf euch zukommen. Da haben wir letzte Woche was besprochen. Junge, Junge, Junge! In diesem Sinne, alles Gute, ich bin raus, euer Dominik. Ciao. Ciao.